hallo leute herzlich willkommen zu einem außergewöhnlichen video denn outlaw pass 5 ist da der outlaw pass 5 läuft bis zum 31 mai und damit viel kürzer als der letzte outlaw pass wir haben 80 ränge und ich habe hier im video alle 80 ränge für euch durchgeblättert der outlaw pass 5 kostet 35 gold barren davon erhalten wir 25 gold barren zurück also letztendlich kostet der outlaw pass uns 10 gold barren die 25 gold barren bekommen wir natürlich im laufe der 80 ränge sukzessive zurück so und was gibt es alles erreiche rang 80 des outlaw passes nummer 5 um folgende belohnungen freizuschalten 25 gold barren besondere kleidungsartikel neue broschüren für taschen und fähigkeiten rollen ep boost für die dauer der club mitgliedschaft neue pferde mähnen und schweife filter mit zusätzlichen effekten für deine verbesserte kamera und vieles 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 mehr alle freischaltungen im rahmen deiner club mitgliedschaft und des outlaw passes nummer fünf gültig bis zum 31 mai 2021 bleiben auch nach ablauf deiner club mitgliedschaft bestehen details zur verfügbarkeit von belohnungen und angeboten findest du im bereich vorteile im pausenmenü ich hatte mich ja nicht an diesen spekulationen beteiligt wann der outlaw pass jetzt kommt ob der heute kommt oder nächste woche oder in zwei wochen oder drei wochen ich hatte einfach gehofft dass er heute wirklich zum 16 dritten kommt und tatsächlich er ist da wir können uns freuen es gibt wieder etwas zu tun und besonders hervorheben möchte ich den neuen hund den wir ab rang 65 erhalten können das ist ein australien shepherd blue mail und hunde dieser rasse sind äußerst treue gefährten und ich freue mich darauf diesen hund dann kaufen zu dürfen ab rang 65 und viele 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 sachen sind ja schon vorher durchgesickert und bitte schaut selbst ob das jetzt alles stimmt ihr könnt jetzt vergleichen mit diesen leaks die vorher da waren und das was jetzt wirklich gekommen ist vieles 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 ist wirklich gekommen aber ich bin absolut happy absolut froh und glücklich dass wir jetzt für 35 gold barren den outlaw pass 5 erwerben dürfen und bitte tut das tut euch das an ich glaube alle werden den outlaw pass natürlich kaufen und ich mache das ich habe das schon gemacht mit xbox und playstation folgt dann auch noch ich darf ja das dann zweimal hochleveln aber leute das ist ein tag zum feiern und ich bin echt happy dass das heute wirklich gekommen ist und ich sag dann mal ciao und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020